und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge mein Minecraft äh zu einer weiteren Folge Agaio heute mit dem Dabi Basti immer noch krank muss das agio auch mit schreiben aber ja das mache ich habe keine ahnung was so hat gemacht hast endlich mit erneutend jetzt in irgendeiner sicht von jemandem drinnen das erste ich wollte er hätte nicht gefressen deswegen immer mehr als nicht mein lieblingsspiel ich bringe es einfach jetzt gerade weil ich gar nichts besseres tun ab er hat auch meine stehen mehr als er hat noch aufgenommen und ich hab dich mit einem entband ich war ja gerade auf dem server totaler lag weil ich render das war ja klar rendern aufnehmen zocken und wie man sieht dauert mein render vorgang musste mal kurz sein dass ich sterbe so bis jetzt mittlerweile in meiner party ich will gerade du musst den code komplett einmal kopieren und oben in deiner http zahl eingeben ja das ist ja gerade das komisch geht doch ganz einfach ja aber irgendwie willst ja nicht gerade dann guck ich gleich mal eben ich will jetzt immer ausgucken so ich schick dir so einen link dass du draufklicken kannst jetzt jetzt bin ich zwar ich geh erstmal auf play jetzt lass mich mal kurz gehen so jetzt wenn du da draufklickst müsstest du in meine party-trust kommen naja das geht gleich gleich okay ich fress mir erstmal den ersten Link öffnen ja ja und ja und wie man sieht ja ich bin auf dem kommentiert er ist gerade und das ist ja nächstes Jahr irgendwann wieder online das ist ja du bist gerade und du 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 und merkt einfach dass ich habe ich weiß nicht warum aber er muss jetzt copy machen wenn du auf den link gehst müsstest du eigentlich in die party kommen wer ist denn dein erster warte ich bin gerade dabei name einziehen okay dann bist du doch nicht drin sonst mach du gleich mal eben eine party und schick mir den link ich weiß nicht wie das geht warte mal ich mach es es ist ein muss einfach party machen und dann create und dann haben sie dann korte muss aber kopieren und hin wird die geringen die gesteht hier war erster gruppe kopie soll er werden wenn er jetzt was er Prozent Prozent um wohl ja und was hat sich die Verletzung ist mein allererstes Video guckt denn ich bin wurde mal gefragt und das machen kann meist mehr der einen zuschauen durch und so ich habe keine Ahnung was man wird können wir verarbeiten kann aber ich habe dafür auch schon eingabt das ist von ca. jetzt doch fast zwei Jahre alt wenn man ich nicht nur kurz um Kuhu Kuhu ob da ich jetzt mal gewünscht nicht befressen das Richtige kuhu 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 noch eine kleine Runde und dann wer ist das auch wieder mit dieser Familie und nur ist das und durch Ränder nicht dass die Folge die ich hier vor aufgenommen habe von Ager deswegen die Ränder ich mich eigentlich immer direkt ist dann überhaupt noch da anscheinend naja dann muss sagen und würde ich mal kurz vor allem immer mein ganz Handy geh weg gefressen und sorry für Ager Alexi ich weiß gerade nur woran sie genau liegt ob sie es gerade am Rändern liegt oder nicht und ja und wir sagen sehen wir uns in nächster Folge bis zum nächsten Mal und ciao ciao und 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 Vielen Dank.